Meine Projekte gelingen reibungslos. Geprüfte Anwendungen aus der Cloud und klar definierte Schnittstellen ermöglichen das digitale Bauen. Die Montage ist einfach, ohne Werkzeug und immer fehlerfrei. Dadurch spare ich wertvolle Zeit. Die gespeicherten Betriebsdaten sind über das Smartphone abrufbar. Und zeigen, was in den letzten Tagen so passiert ist. Für die Diagnose muss ich nicht mehr auf Leitern steigen oder Decken öffnen. Betriebseinstellungen kann ich sofort selbst vornehmen. Wenn während eines Einsatzes Fehler auftreten, werde ich sofort über die App informiert. Dies erleichtert mir die Arbeit enorm. Ja, Sie haben es gehört. Die vier haben viel Positives zu berichten. Positives über den Smart Actuator von Sauter. Der digitale Wandel macht auch vor Feldgeräten der Gebäudetechnik nicht halt. Dies betrifft Ventile und Aktoren zur Regelung und Steuerung von Wasser und Luft als Trägermedium von Wärme und Kälte. Sauter erweitert das bewährte Antriebssortiment um die neue Generation der IoT-fähigen Smart Actuators. Ich zeige es Ihnen. Ventil- und Klappenantriebe zählen zu den wichtigsten Komponenten in der Energieverteilung. Anwendung finden Sie in Heiz- und Lüftungsanlagen sowie in der Raumautomation. Bei der Installation stellen traditionelle Systeme die Betreiber immer wieder vor Herausforderungen. Der Smart Actuator hat noch viele weitere Vorurteile. Vorkonfektionierte, farbige und mechanisch kodierte Kabel mit Steckern erlauben eine schnelle und fehlerfreie Installation. Für umfangreiche Regelungsaufgaben ist der Smart Actuator um die optionale I.O.-Box erweiterbar. Regelungsaufgaben werden vom Smart Actuator autonom ausgeführt. Ohne zusätzliche Steuergeräte regelt der Smart Actuator die Heizkühldecke. Die Cloud-Anbindung findet über die integrierte Wi-Fi-Schnittstelle statt. Das TLS-verschlüsselte MQTT dient als sicheres IoT-Kommunikationsprotokoll. Besonders Betreiber von Anlagen wie Schulen oder zum Beispiel mittelgrosse Bürogebäude steuern und überwachen die Anlagen mit ihrem Smartphone via Sautacloud. Regelung von Lufterhitzern und Heizkühldecken oder witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung sind Beispiele der umfangreichen Anwendungsbibliothek. Und das Tolle ist, die Kommunikationsschnittstellen bieten dem Nutzer Anschlussmöglichkeiten für jeden Anwendungsfall. Der Smart Actuator kommuniziert über BACnet oder Modbus und lässt sich so nahtlos in ein Gebäudeautomationssystem integrieren. Dank des Smart Actuators kann ich meine Einsätze frühzeitig planen. Predictive Maintenance ist hier das Stichwort. Der Smart Actuator erstellt regelmässig Fingerprints zum Zustand der Anlage. Somit können wir den Zustand von Ventil und Antrieb überwachen und Abweichungen frühzeitig erkennen und melden. Der Servicetechniker weiss vor jedem Einsatz, was zu tun ist und hat das notwendige Material bereits dabei. Smart Actuator. Das bedeutet für Sie, die grosse Anwendungsbibliothek aus der Cloud und klar definierte Schnittstellen wie BACnet, Modbus, MQTT ermöglichen das digitale Bauen. Steckfertige Systemlösung für eine einfache Installation. Einfache Inbetriebnahme mit der Mobile App. Drei in einem. Ventilantrieb, Regler und Cloud-Integration für die autonome Regelung von Heiz- und Klimaanwendungen. Predictive Maintenance. Für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Smart Actuator. Die Lösung für viele Herausforderungen. Von Sauter. Smart Actuator. Koffым. Smart Actuator. Produkότεer Papu. Vielen Dank.